Hallo und Herzlich Willkommen zu Let's Play, wie man denn kommt war. Ich zeige euch erstmal was ich gemacht habe und zwar habe ich die Partikelkanonen auslaufen lassen und eine Waffenfabrik gebaut mit Panzern. So, dann habe ich hier oben noch zwei Kraftwerke hingebaut. Ich weiß nicht ob die vorher schon mehr waren. Was habe ich noch gemacht? Gut. Ja, genau, ich habe noch eine Flugflotte gebaut. So, und ja, habe im Generalstahl mehr Sterne mehr erhalten und ich brauche ihn aber nicht. Ich werde ihn auch nicht einsetzen, denn ich werde jetzt den Gegner tödlich vernichtend angreifen. Das heißt ihr seid die Zeugen in weniger als 8 Minuten dürfte uns der Sieg sicher sein. Gut. Dann drücke ich mal erst hier G1, um die zu merken. So, let's go. Wir fangen also an. Warnung, Partikelkanone aktiviert. Ja, und jetzt gewinnen wir ganz locker leicht. Also ihr dürft übrigens bestimmen. Als nächstes kommt das Update, wie gesagt, Zero Hour. Und ich hätte gerne eure Meinung, was er spielen soll. Ja, ansonsten bin ich die Stimmung. Wir werden den Feind jetzt gnadenlos vernichten. Degradieren wollte ich schon sagen, aber es passt ja nicht ganz. So, unsere Flukeinheiten sind unterwegs. Glückwunsch General, Sie wurden befördert. Aber das brauchen wir auch nicht mehr, weil wir jetzt gewinnen werden. Wir werden den Gegner eiskalt vernichten jetzt. Ohne Gnade. Der wird nichts mehr angreifen, der Penner. Die werden keine Warnungen mehr erhalten. Ja. So. Das Ganze neigt sich so ziemlich dem Ende zu. Jawoll. Und ja. Schon wieder zwei Gebäude weniger. Mein Flugstapel ist da. Die zerstören jetzt erstmal die Kommandozentrale. Und ja. So ist das halt. Dauert zwar ein bisschen. Aber es wird schon gehen. Ich meine, die haben jetzt keine Flugabwehr. Wir haben also die größten Chancen im Moment. Die zerstören. Die zerstören. Ich werde zwar verteilen. Aber ich werde sie dennoch nicht nutzen. Weil wir eh gewonnen haben. Ja. Ansonsten. Ja. Könnt ihr, wie gesagt, als nächstes bestimmen. Was wir machen. Wie gesagt. Update auf Zero Hour. Ja. Ich würde sagen. Ja. Wir haben gewonnen. Okay. Ihr dürft auch die Fähigkeitsstufe bestimmen. Das war. Let's Play. Command & Conquer. Ich bin euer Blacklikes. Ein. Wirklich schöner Sieg. Besser hätten wir es nicht machen können. Sie haben gewonnen. Ja. Noch gerade die Statusanzeigen. Warten wir gerade mal ab. Ja. Noch schön. Wir sind halt die Besten, ne? Ach nee. Besser geht's nimmer. Gut. Dann haben wir das mal auch geklärt. So. Einheiten produziert. 9,40. 8 haben wir verloren. 21 haben wir zerstört vom Gegner. Errichtete Gebäude haben wir 33. Verlorene Gebäude haben wir 0. Zerstörte Gebäude haben wir 9. Der Gegner hat produziert 23 Gebäude. Verlorene Einheiten hat er 21. Zerstörte Einheiten. Ja. 8. Errichtete Gebäude 9. Verlorene Gebäude 9. Und zerstörte Gebäude 0. Er hatte 8.475.000 Dollar und ich hatte 110.750 Dollar. Das war's. Errichtete Gebäude 10.00iseen. Ich hatte einen Moment mit ihm.